Ja hallo, mein Name ist Gudrun und ich berichte heute von einem Coaching von Patricia und drei Instant-Change-Anwendungen, die ich wirklich genießen durfte. Ich bin zu der Entscheidung gekommen, das Coaching in Anspruch zu nehmen, weil ich vor einer sehr schwierigen Situation stehe, vor einer schwierigen Entscheidung, die ich treffen sollte, wollte. Und seit Monaten schon merke, dass sehr viel Angst da ist, um diese eigentlich Herzensentscheidung zu treffen. Die Ängste waren da, es kamen sehr viele Sicherheitsgedanken, es kamen sehr viele Gedanken, das kannst du nicht, das sollst du nicht, das darfst du nicht. Aber ich wurde immer unglücklicher und bekam auch körperliche Symptome und von daher musste dringend eine Klärung her. Ja und dank Patricia und dank dieser Anwendungen habe ich direkt schon nach dem ersten Mal gemerkt, dass ein deutlicher Energiezuwachs da war. Es war viel mehr Klarheit da, der Fokus wurde viel stärker gelenkt. Nach der zweiten Sitzung waren die Ängste deutlich weniger und wenn sie wieder kamen, verschwanden sie auch schneller. So dass nach der dritten Anwendung dieses Thema eigentlich gar nicht mehr so angstbesetzt war, sondern viel mehr Kraft, Mut, Entschlossenheit und viel mehr Freude kamen auf. Da waren und ich jetzt diesen Entschluss gefasst habe und der Entschluss steht, was auch immer kommen mag. Aber es fließt jetzt alles viel mehr in eine Richtung und ich fühle mich deutlich lebendiger dabei und hoffe, dass alles weiter so in dieser Energie läuft. Aber ich muss wirklich sagen, diese Anwendungen sind sehr, sehr gut und auch das Coaching von Patricia, weil sie alles ganz genau auf den Punkt bringt. Und ja, es sich jetzt wunderbar anfühlt, das ist jetzt gerade zwei, drei Wochen her das Ganze oder eine Woche die letzte Anwendung. Und ich bin guter Dinge und ich bin sehr froh, das in Anspruch genommen zu haben und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.